Ich bin jetzt zur Champion-Wang und ich habe mich da entschieden, ich will es nicht lange und länger machen. Champion am heutigen Tag ist für mich ganz klar die Kuh, die zu führen ist vorne. Ganz herzliche Gratulation Champion, Vize-Champion ist die Kuh in der Mitte und dritte die oberste Kuh. Schauen Sie mal die erste Kuh an, eine Kuh losgewachsen, oben raus sehr stark, Kuhzbecken, Drachsbein und ganz klar überlegen mit der Zeitzerstellung gegenüber der zweiten. Die zweite Kuh, ich glaube, die hat jeden Morgen noch ein bisschen viel Stress gehabt, sie hat am Morgen Milch recht laufen und das hat er natürlich jetzt auch in die Striche rausgetrieben, aber im Rahmen eine sehr, sehr starke Kuh und eine Kuh mit einem hervorragenden Bein. Und auch die alte Kuh, die immer noch oben, weil sie eine starke ist mit einem gesunden Bein und das Outer immer noch hinten sehr hoch hoch geht. Herzliche Gratulation und einen grossen Applaus hier für die originalbrunnen Kühe. Dankeschön.